Ergänzen Sie Ihren Werkzeugsatz um das leichte Simplex und eliminieren Sie die Sicherheitsrisiken, die mit der Verwendung von Handklingen verbunden sind. Das Simplex ermöglicht präzises Schneiden in jeder Umgebung. Seine überragende Verarbeitungsqualität und das leichte Design machen es zum idealen tragbaren Schneidegerät. Das Simplex ist die sichere Wahl, denn es macht den Einsatz manueller Klingen und Schneidelineale überflüssig, bei denen die Gefahr besteht, dass die Klinge abrutscht oder über die Schnittkante hinausschießt. Simplex bietet eine stabile Schneideplattform zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit. Die Klingen werden automatisch zurückgezogen, wenn sie nicht in Gebrauch sind und weiche Silikonwände an der Unterseite des Schneidegerät sichern, schützen das Material und verhindern Bewegungen. Es schneidet eine Vielzahl von stabilen, beigesteifen, halbsteifen und flexiblen Materialien bis zu einer Breite von 315 cm. Die Universalklingen schneiden bis zu einer Tiefe von 10 mm. KeenCut garantiert, dass das Simplex gerade Schnitte mit einer Genauigkeit von 1 mm entlang der gesamten Länge des Schneidegeräts schneidet. Durch Hinzufügen des optionalen Textilschneiders kann die Materialpalette zudem auf empfindliche Materialien erweitert werden. Der ergonomische Schneidkopf mit Kippvorrichtung ist für Links- oder Rechtshänder konzipiert. Die Klinge kann je nachdem zu schneidenden Material gezogen oder geschoben werden. Es wurde alles darauf ausgelegt, eine einfache Handhabung zu gewährleisten und die Ermüdung zu verringern. Es stehen fünf Simplex-Modellgrößen zur Auswahl. Sie sind sofort einsetzbar und auf gebrauchsfertige Genauigkeit kalibriert. Durch die hausinterne Fertigung, bei der nur die hochwertigsten Materialien eingesetzt werden, kann KeenCut den zuverlässigen, langlebigen und präzisen Betrieb des Simplex gewährleisten. Das Simplex bietet darüber hinaus eine umfassende 5-Jahres-Garantie. Abenteuer und verlämmt ihr